Der Bericht. Ganz wichtig beim Bericht ist genaue Darstellen des Geschehens. Beschränk dich auf die wesentlichen Informationen und die sechs W-Fragen. Die sechs W-Fragen sind was, wer, wo, wann, wie, welche. Was ist passiert, wer war beteiligt, wo passierte es, wann passierte es, wie passierte es, welche Folgen hat es. Die Sprache ist sachlich und nüchtern, man bringt keine eigenen Gefühle, Meinungen rein. Zeit des Berichts ist Präteritum, also erste Vergangenheit, zum Beispiel er ging, er las. Wenn etwas Wichtiges schon länger her ist, dann ist die Zeit plusquem perfekt, zum Beispiel er hätte gefahren. Åh, ho, ho, ho! Wie kannst du dazu kommen?